Das ist einfach der Oberhammer. Ich glaube, so etwas hat Anklam noch nie erlebt. Monschi hat heute gesagt, wir schreiben Anklam an Stadtgeschichte. Ich glaube, das stimmt. Es gibt einfach überall auch geile Leute. Wir verlassen uns da auf keine Partei, sondern verlassen uns auf die geilen Menschen, die es hier so gibt. Und Anklam auf die Leute, die nicht danach gucken, woher du kommst, sondern wer du bist, was du machst, wohin du willst. Symbolisch steht das heute hierfür. Wir waren auch schon in Beutzenburg, wir waren in Gersin, kennt ihr vielleicht gar nicht, überall. Auch da gab es eine mega geile Veranstaltung. Vor eineinhalb Wochen, vielleicht auch zwei Wochen, habe ich eine E-Mail geschrieben an Martin. Und dabei habe ich einfach geschrieben, Mensch, könntest du dir vorstellen, wir kennen uns ja also mal auf Rostock und dann auch hinten auf so Festivals. Hast du Bock, vielleicht einfach ein Foto zu machen oder wenigstens irgendwas für die Wahrheit zu sagen? Irgendwas, ja? Am 4.9. wird es erbärmlich sein. Ich war noch an der Ostsee und bin da rausgekommen und da habe ich die E-Mail gelesen. Und das Erste, was ich gelesen habe, war, Digga, ich lese mir die ganze Zeit durch, was da abgeht, was ihr da macht. Und wenn du irgendeine Idee hast, irgendeine konkrete Idee, dann bin ich dabei. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Das hört sich an wie die Story, aber so ist es. Im Kopf hart wird zu werden Helme gebraucht. Sehen, es wird hell durch den Staub. Dieses Held ist und auch das Marfum und die Hälfte wird zockt. Sehen vor mir nur eine Horde Zebras, bin resistent gegen Trigger. Steine regnen, sie werfen mit Wasser. Jeder Kopf kontrolliert von einem Bastard. Jetzt wird Goethe zitiert, also es Rostock. Sao Paulo, Paris, jetzt brennen wieder Autos. Sehen von der Nacht in den Taglicht nur und es schattet in schwarz. Und ich stelle mich unter das rote Licht, gib mich Schutz in meiner Hand, Führer. Alle Fäuste, alle! Und ich stelle mich unter das rote Licht, gib mich Schutz in meiner Hand, Führer. Wenn die da oben versagen, in ihren Lungen wird die Luft dünn zum Atmen. Lassen uns doch die Straßen nieder, holt uns unsere Straßen nieder. Kripp und wir nutzen Kierdach, so es passt. Veganische Tiger. Ob das jetzt gut wird, wissen wir nicht. Wir haben das vorhin eingedroht. Da wird das gut. Ich bin komplett im Arsch. Weiß nicht, woher du mit mir bist. Ich bin komplett im Arsch. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich bin komplett im Arsch. Zu viele Fragen, schäle ich mir. Ich bin komplett im Arsch. Hat hier wirklich nichts so verliebt. Alle Hände! Halbe, halbe! Ich bin komplett im Arsch. 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 Ich liebe dich, ich liebe Freiheit und ich liebe meine Freunde und ganz neben meine Lüge ich mich auch noch selbst. Ich bin Komplette Marsch, weiß nicht um Ende mehr. Ich bin Komplette Marsch, keiner hat mir freitagelt. Ich bin Komplette Marsch, zu viele Fragen stelle ich mir. Ich bin Komplette Marsch. Ich bin Komplette Marsch, ich bin Komplette Marsch. Ich bin Komplette Marsch, weiß nicht um Ende mehr. Ich bin Komplette Marsch, ich bin Komplette Marsch, zu viele Fragen stelle ich mir. Ich bin Komplette Marsch, ich bin Komplette Marsch, mich zu verlieren. Ich bin Komplette Marsch, mich zu verlieren. Ich bin Komplette Marsch, mich zu verlieren. Untertitelung des ZDF, 2020